0%? 30 Raten? Wie? Ja, richtig gehört! Vision24 wird 30 und BIMA24 feiert's mit. Deshalb 30 Raten! Jetzt deinen BIMA oder Zubehör zu 0% Zinsen und in 30 Raten bezahlen. Dein BIMA24. Dein BIMA. Lege einen Artikel in den Warenkorb, gehe zur Kasse, akzeptiere die AGBs. Überprüfe, dass die Zahlungsart Santander Ratenkredit ausgewählt ist. Dann die Ware einfach zahlungspflichtig bestellen. Es öffnet sich das Santander Ratenkreditformular. Du siehst alle Ratenbeträge und Laufzeiten. Von 6 bis 30 Monatsraten zu 0%. Du kannst auswählen, ob du die Raten zum jeden 1. oder 15. eines Monats abgebucht haben willst. Du wählst hier aus, welcher Kundengruppe du angehörst. Hier kannst du eine Anzahlung leisten, die die Rate verringert. Hier zum Beispiel eine Anzahlung von 200 Euro und die monatliche Rate neu berechnen. Du hast hier noch die Möglichkeit, das Sorgenfreipaket auszuwählen. Zuletzt mit dem großen schwarzen Balken den Ratenkredit unverbindlich anfragen und auf die Genehmigung warten. Dein Ratenkreditpartner ist die Santander Consumer Bank AG. Dein BIMA24 Dein BIMA Dein BIMA24 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017